um annehmen ja eine halbe Euro wir sind da mal wieder bei Final Fantasy 10 mit mir der Lena und wir müssen Juna retten das werden wir auch gleich mal tun und ich in der Gruppe mehr kann ich auch nicht nehmen Waka ist verhindert durch das Blitzballspiel und soja Juna müssen wir retten ist klar Juna Akka ich hab schon alles was ich brauche weiter geht's an Pier 4 müsste das gewesen sein hm Maschinas Maschinas dann aber das ist nämlich an meinem Albedo-Mobil das sind nämlich am besten auch die 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 Ja, hier kann man noch ein bisschen trainieren. Muss aber auch nicht. Kann ich die Marine nicht was anderes geben? Obwohl, ne, das ist ja eigentlich ganz gut gegen Strom. Weil sonst würde die ja keinen Blitz machen. Hm. Versteht man jetzt, was ich sagen wollte? Ich glaube eher nicht. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Hm. Ach, das ist der Kimahri. Da habe ich angefangen, warum kann denn nur nur Weiß-Magie? Ich könnte doch mal Hass auf Lulu machen, glaube ich. Das wäre besser. Bam! Ich mag, äh, der Devs neue Schwert. Das ist echt cool. Aber ich will mal die Kamera drehen, aber ich, äh, man kann das ja nicht. Das ist total ungewohnt wieder irgendwie. Also manchmal ist das Spiel wirklich eine spielbare Zwischensequenz. Das Spiel besteht echt nur aus, äh, Sequenzen. Ja, ich spare mir noch ein bisschen die, äh, Ekstase-Attacke auf. Oh! Oh! Was ist mit diesen Leute? Was ist mit diesen Leute? Ja. Genau. Bam! Lulu ist hier unsere stärkste Kämpferin momentan, da ihre Angriffe wirklich super sind gegen die Roboter. Haha. Das ist dein Ende. Oder auch nicht. Vielleicht wird das jetzt, äh, kritisch. Ach, ne. Vielleicht. Ja. Ich kann euch ja gleich mal zeigen, wie das aussieht, wenn, äh, Lulu mit ihrer Puppe angreift. Normal. Das ist echt drollig. Aber erstmal. Wir bekommen sowieso noch ein paar Roboter. Den können wir ja irgendwie nicht entfliehen. Das sind jetzt ordentlich Punkte. Vielleicht super zum Auflappeln. Oh, schon soweit. Ach, ne. Schon wieder eine spielbare Zwischensequenz. Also, man läuft von einer der Sequenz in die Augen. Die Auroch's are keeping the score tied with some excellent defense folks. Was? Der soll sich mal nicht so anstellen. So ist der Sport nun mal. Knallhart. Huh. Still in there. He won't last. Waka's always like that. Ouch. Let's go. Yep. Lulu hat immer ein paar harte Worte für alle bereit. Ähm. Ja, komm, ein Zufallskampf noch. Gibt's hier noch Zufallskämpfe? Äh. Zufallskampf? Ich dachte, es gibt die Zufallskämpfe. So, Kimari, was kannst du denn noch schönes lernen? Nee, warte. Wir haben kein Ability-Sphäroid. Was ist das denn? Blindheb. Mano! Oh, ich weiß. Du. Ich lass es erst mal. Nipp. Ach, ich zeig das später, wie Lulu angreift. Ich hoffe, ich schaff den Gegner auch. Wenn nicht, dann muss ich halt noch ein bisschen trainieren. Ah, es wird schon. Ich weiß ja, wie das geht. Ich weiß ja, wie geht's. Oh, ja, baby, ja. Ja, das Ding ist eine harte Nuss. Das muss ich mal so sagen. Den Kran. Den Kran. Ja, er braucht Strom. Oh, gut. Analysier das mal, Kimari. Ähm. 6000 Euro. Immun, 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 immun. Also, die Fächer sind auf jeden Fall Strom. So, je mehr Schaden er leidet, desto schneller greift er anfällig gegen Strom. Kontert auch Blitz mit Stummenball. Oh, sein Blitzball-Rush sollte durch umliegende Items abgewärmt werden. Okay, er kontert also mit Stummen. Ja gut. Dann werden wir erstmal den Kran ein bisschen... ...bisschen Strom geben. Der Kran hat sich etwas bewegt. Hast auf Luli. Sie... Blitz auf den... ...dim... 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 Der Kran hat sich etwas bewegt. Oh oh. Halt, 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 halt. Wurscht. Du... ...greif es einfach mal an. Gott! Schwarz- Magie, Blitz. Rum-pum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum, mum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ja, der Kran funktioniert. Und sie kann ihre Exаже ... Wut. Blitzwut. Das kann ich noch nicht ausgehen. Ah, wie war das noch? Ah, ich weiß nicht mehr, wie das ging. Oh, das wird geil. Super geholfen. Super. Bah. Zisch. Das könnte jetzt Auer werden. Nee. Das könnte aber Auer werden. Nein. Das könnte jetzt stumm werden. Uff. Autsch. Und du, Detlef, machst mal den Kran an. Autsch. Autsch. Da fällt bestimmt Wege da. Ah, nicht mehr ganz, aber das müsste ich jetzt gleich. Erstmal eigentlich Lulu. Kimahri würde jetzt sowieso nichts sehen wahrscheinlich, wo er da eigentlich hindienst. Ich zeige euch mal, wie das aussieht, wie Lulu angreift mit Ketzel. Oh, da hätten wir den Albetfinger auch mal besiegt. Busch. Ah, jetzt noch nicht so schwer. Ich habe alle Kämpfe irgendwie ein bisschen schwerer in Erinnerung. Ich fasse auch nicht, woran das liegt. Juna! Nun, du bist schon wieder voll begeistert. Total abgenervt, ey. Oder sonst? Jaaa, wieder Kohle, 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 Kohle. Und Elixier, das sieht man auch gerne. Süß. Er sucht, glaube ich, nach Rico. Was ist das? Es gab diese Albetfinger, die meine Leben zu retten, als ich zu Spira kam. Ich habe mich auf dem Land. Ich habe mich auch auf dem Land. Ich hatte mich auch auf dem Land. Ich habe mich noch nicht so sehr, dass es das gleiche Land war. Aber es ist nicht. Ich frage mich, ob sie alle weg sind. Was ist passiert? Sin kam neben uns. Ich habe es gut gemacht, aber ich weiß nicht, was mit ihrem Schiff passiert. Um, war jemand von Sid auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Sie waren alle das Al-Bed-Lang. Ich verstehe. Also, wer ist Sid? Er ist mein Schiff, aber ich habe ihn nicht wirklich gesehen. Mhm. Warte. Also, das bedeutet, dass du auch auf dem Schiff bist, Yuna? Auf meiner Mutter. Ja. Sid ist meine Mutter. Er wurde von meiner Mutter entfernt. Aber sie hat mir gesagt, ihn zu holen, wenn ich überhaupt eine Hilfe brauchte. Du bist Angst, er war... Nicht erzählen Waka über Yuna. Das ist eine Linie. Die Sache über Waka? Er hat nie so viel Liebe für den Al-Bed. Woah! Ich muss sagen Waka. Ich dachte, ich habe dich nicht zu sagen Waka. Das Spiel! Oh! Zu geil. Also, wer kennt ihn nicht, den Sid? Der ist ja wahrscheinlich in jeden, absolut jeden Final Fantasy dabei. Ja, und Yuna ist eine halbe Al-Bed. Und Waka ist ein kleiner Nazi. Hihi. Und furchtbar gläubig. Wer kennt's nicht? Bam! Die Aurochs haben gewonnen! Oh yeah! Ist das mal nichts? Lulu wieder Knall hat. Wenn es Chapu gewesen wäre, dann würde er noch stehen. Hey! Bist du nicht nur ein wenig falsch? Entschuldigung? Nein! Das will wirklich niemand, dass Lulu wütend wird! Nicht so wirklich. Da hände ich den Speicherpunkt. Naja. Weil wenn Lulu wütend wird, dann... Rollenköpfe. Abwehrkraft von Lulu ist um zwei gestiegen. Hm. So. Ähm. Jetzt weiß ich nicht. Ich hab keine Ability-Dinger. Das ist wohl ärgerlich. Hm. Dann lass ich die Marie erstmal so. Erstmal einfach zum Spiel. Mit den Aurochs. Ich kann aber übertrieben keinen Blitzball und bis jetzt hab ich auch nie das Finale gewonnen. Ah, das wird wieder lustig. Ich kann ja echt heiter werden. Ah, ah, ah. Mann, 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 Mann. Weil ich keine Ahnung hab, äh... Also alle meine Mitspieler sind extrem scheiße. Wenn ich denn den Bass, äh, dem Bass zu passe, ja, dem Ball zu passe, dann fängt den keiner und, oh, es ist einfach nur zum Kotzen. Ich bin sicher, dass du gut bist, Kap. Die Spiel beginnt in ein paar Minuten. Du sicher, dass du okay bist? Wir spielen die Gores, auch. Unsere Rettung kommt. Unsere Rettung kommt. Oh. Ja, Yuna erinnert mich total an mich, ey. Es tut mir leid, tut mir leid. Oh, sorry. Ah. Kimari passt jetzt gut auf Yuna auch, sonst gibt's eins aufs Maul. So. Äh, wer ist der Rede... äh, Rede... Redespieler. Der Reservespieler, doch nicht etwa. Nein. Wie, wie könnte ich, äh, für dich mal's tun? Besonders nicht, wenn du mir drohst. Haha. Lulu, du bist echt. Haha, witzig. Oh Gott. Ich wünschte ich und nicht Waka wäre verletzt worden. Yuna schaut so, wir müssen Rückgrat zeigen. Lass uns die Gores niedermachen, auch für Chaku. Oder Chapp. Es ist vielleicht schon zu spät, aber schau dir die Ringe noch einmal an. Nicht nötig. Kein Bock. Verliere eh. Ne, Waka. Stell ich mir nicht so an. Ah, das Spiel beginnt bald. Keine Zeit für Warn-ups. Bereit? Lass mich auf ihn. Alles klar. Ich hab ja etwas gesagt, dich sagst. Schau dir, die Jungs. Nach dem Spiel. Nach dem Spiel, ich gehe schraub. Ich verweig. Ich versuchze mich, das ist mein letzte Tornamment. Was ist das? Lass uns verlieren! Lass uns verlieren! Lass uns verlieren! Ahh... Nooo... Ja, also Lulu ist zwar immer total gemein und auch hart mit dem, was sie sagt, aber sie meint es nicht so. Ich werde so ablosen! Oh, yeah! Auron! Auron ist so verdammt cool! Er hat immer seinen Schnaps dabei. Seinen Sarke. Jawohl! Das Spiel geht gleich los! Ich werde so ablosen, ey. Das geht mir gar nicht. Ich hasse Blitzball. Ich kann das bescheuerte Spiel nicht. Ich zeige ihm den Mittelfinger. Zeige ihm den Mittelfinger! Für Ärsche. Obwohl sie uns trotzdem platt machen werden. Kein Bucke. Und an dieser Stelle mache ich auch mal einen voll unsozialen und asozialen Cut. Weil, ähm, hey, dann wüsst ihr wenigstens das nächste Mal erst, wie das Blitzball-Turnier aussehen wird. Also, dass ich es verlieren werde, ist klar. Aber, ne, ist ja auch egal. Also, würde ich dann mal sagen, viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Eure Lenschen93. Ciao!